Sie sieht sich aus wie ein Fuß und hält eine weite Zunge. Ihr werdet euch nicht alle freuen, dass ihr die Zunge rauskriegt. Und dann werden die vollen Augen eingetragen. Wir wollen jetzt drücken den Boden. Eine helle Musche auf dunklem Badboden ist gefunden, das ist das Gefühl, als das Blut. Hey, hier! Die ist schon rein. Die erste Blut ist bei mir auch gerade, die hat ganz schön aufgemacht. Blubbert dann so ein bisschen. Die erste Blut. Die kleine Kleine fangen ganz schön an bei dir, oder? Rechts. Die eine hat sie gerade gesehen. Da, guck mal die Zunge an. Machen sie bei euch. Schau mal. Bluuuuh. Mach's großes. Du siehst? Und die hat sie gerade da eingegraben. Da fängt jetzt an. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck. Dann könnt ihr mal bei der Herzenmuskel hinschauen. Dann seht ihr nämlich so kleine Schnorchel rausgucken an der Seite. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck, super. Guck. Guck, super. Guck, super.